Buongiorno. Ciao ragazzi. Hello. Buenos dias. Hello. Mio Amigos. Como estas? Ihr deutschen Säckemann. Jot über Berlin ist nier Wetter. Gut, hätten wir das auch erklärt. Ja, wir haben einige Fragen für unser Solar System und ich will zeigen euch das neue Solar System für die Iwego und das andere Solar System für Land Rover installiert. Ich will zeigen euch das neue Solar System. Es ist eine Special Battery. Das ist die Elektronik System. Es ist eine Dongel included. Und die Inverter. Es ist möglich zu werden, mit 220 Volt also. Und das hat 1,500 Watt. Und wir haben flexibel 100 Watt Paneels. Ich habe zwei Paneels in der Tent, über die Top von dieser neuen Paneel. Das ist sehr schön. Sehr schön und du kannst es auf den Paneel arbeiten. Es ist sehr stark, aber flexibel für die Aluminium ist nicht so straight und es ist besser zu installieren. Okay, und für das andere, was wir jetzt mit dem Solar System, auf der Land Rover 130 Watt. Ich kann euch zeigen, dass es, ich denke, drei oder vier Wochen ist der System jetzt. Und ich sehe die Voltage von Solar 13.5 und 5 Degrees. Wenn es in der Tent ist. Das ist okay. Mein Swiss Bier. Okay, andere Sachen hier auf der Tent. Sehr schön zu haben. Und die Solar auf dem Ruf ist ein anderes Paneel. Es ist kein Flexibel System. Du kannst es sehen, das jetzt. Und ja, du kannst es für vier Wochen, vier Tage oder vier Monate und du hast genug Power. Okay, mein Favorites Tool. Ja, Swiss Qualität. Okay, okay. Sometimes wird es schwierig. Aber es ist die genau die Umsatz von OK. Und die generators sind die Dangle im Winfamilieherst, die in der ich anbietere Benutzen kann mit dem App nutzen. Und dann die Sala System, den Siehst du, die Power ist und die weitere Materialien. Dennoch hat die 120 A Movistell. Ja, wir installen hier. Wir können jetzt hier das legen, aber jetzt wollen wir sehen, was ich habe. Und hier Jetzt haben wir neue Pläne, damit wir mehr Platz haben. Hier haben wir eine kleine Tafel und ein paar Sachen. Okay, als Land Rover braucht es einige Tools. Okay, okay, nice. Wir haben die E-Wähne installiert. Ich zeige euch das auch. Und diese E-Wähne ist jetzt über drei Wochen Non-Stop unterwegs. Und jetzt ist es sehr warm und sehr effizient. Aber wir haben drei Batterien auf dem Auto. Zwei in der Front und eine in der Backen für den Solar. Wenn wir die Cabin aus dem Solar machen, dann wird es Solar mit der Batterie in der Tray und der Backen. So dann kann ich mit der Solar System und der Batterie fahren. Und ich habe in der Fahrt in der Front meine zwei Batterien. Alles funktioniert. Und eine kleine Fridge, die ich auch in der Fahrt habe. In der Backen. Ja, der Fahrer braucht manchmal ein Bier. Okay, alles funktioniert. Das ist sehr lecker. Ich habe zwei Fridges in der Fahrt. Okay, niemand braucht es. Aber es ist schön zu haben. Okay, wenn Sie Fragen haben, dann weiß ich mich für die Solar Installation. Oder wenn Sie eine andere Frage haben. Ja, Sie können es in der Beschreibung machen. Oder Sie können mich telefonieren. Oder Sie können mich telefonieren. Es ist alles möglich. Okay, genau. Wir müssen für unsere Rides fighten. Lavo Greiner. See you later. Thanks for watching. Bye-bye. Bye. You Hoover